recht schnell ne jetzt kommt die U-Bahn 100 uh das war haha witschiger oh Nahkampf kills was war das andere daneben weiß ich nicht da war so eine Kettensäge aber das war wieder bei mir so schnell weg Kettensäge ist Nahkampf achso da war ich dritter eigentlich ja ihr wart alle alle null gehabt ihr Vögel du hast dich geheilt ist Louis dumm alter ich weine mich mal auch nein dann aber halte ich das alter der das gerade genommen ja ja egal hör auf damit ich knüppel dich ich schiebte diesen Gummistock rein hör auf ist der auf dem Anker gegen Kopf es gab bei jungs kommen geht vor wenn er so viel stress macht hallo dass mich die mal knüppeln nein ok dann sage ich sicher nicht auch da hinten sind wir alle noch knüppel knüppel knüppeln knüppelt auch alle jetzt molotov nimm da mit ich wollte hier durch den schacht gehen Junge und von smoker jedes der lang ja ich glaube hier ok wo lang hier war durch hatte das säure oder wird es noch weiter getan angehen ne geht es nicht ok dann gehe ich höre keine witsch ich auch noch nicht na wo ist er denn knüppeln 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 alter hunter und jockey ach so jetzt und das von hier weiß ich nicht ja das kommt von hier irgendwo links oder rechts drüben lang was uns hier drüben andere geht ja geht wo beides gleichzeitig auch nochmal bei mir ist er nicht aber hier sind waffen wo ist ein baseball schläger hier war der erste diese komische weifel die du auch hattest auch dies bei mir 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 hier 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 du den baseballschläger in hand und wenn ich dann halt sterbe habe ich eine waffe in hand ja das ist verwunderlich ja keine ahnung wahrscheinlich extra gemacht ja damit du dich noch wehren kannst bestimmt weil smoker stand da noch voll in der ecke keiner hat auf ihn geschossen oder hinten ja da hinten ist er gewesen so dadurch oder andere seite ja wir müssen hier lang ach ja komm hier anschlagen ja das war ich habe es gesehen ich dachte er bleibt noch irgendwo kleben pass auf hinter dir noch mal nachladen vorne eine pistole ich hast du denn jetzt genommen so braucht keine andere es ist hier denn also geht es nicht weiter hier nimmt das gar nicht auch nackst wo centos nevend wir haben so wer von uns halt bill ist er eigentlich ja alter und ich habe mich umgedreht gerade in dem moment kommt louis halt doch einfach mal louis komm mach du das komm her weißt du was und er komm her ich halte ist egal das ist ob er wenigstens wieder heile nachher schrotti endlich mal jetzt hat mich wenigstens louis wo die ganzen nicht mehr da kommen wir noch mehr ist gut wenn das so durch ein gefecht da kann so richtig durchzimmern warte mal was ja dröste dich habe ich auch getan ja was denn ja ja gut wir haben ja keine punkte es gibt noch mehr kills warte mal hinten ist natürlich geht auch auf aber ich komme oder ich erscheine erscheinen alles besser ja monotau gesehen nein bitte oh nein ich gehe nicht rüber ich habe mich vorher schon geopfert die schweine ich mache das wieder wie immer weißt du doch weil wir machen gleich richtig schön leer wir haben hier ein Kanister komm her nicht immer vor die Tür wir hier haben wir Maschinengewehr äh hier ist ähm ja hier sind Pillen ne dann nehme ich lieber Adrenalin und hier ist Maschinengewehr willst du nutzen ja dann tun wir den Kanister da vorne irgendwo vor der Tür hin am besten ne warte mal wir müssen hier sicherlich durch ja ich würde sagen ich schmeiße den hier vorne hin bist bereit ich will das vor mir verdammt ich habe ein Problem ich mach ne ja mach einfach ist eine Gatling weil das ist klar dass wir alle kommen die kommen auch alle von oben aber hinter mir ja die helfe also keine Sorge ich weiß gar nicht wann das Ding schießt also nicht keine Ahnung das dreht sich aber kommt her weil das toll geht auch ich kann ja nicht ich sehe grad weniger ja nach fröhliche weihnachten fröhliche weihnacht überall fröhliche weihnacht überall hast du die andere genommen nein ich will aber noch eine holen ja dann mach warte ja hab eine ja dann komm weil das ist immer sicherer wenn wir nicht wirklich eine haben ich vergesse das nur manchmal und ein smoker war da hinter ich weiß du hast glaube ich den splitter und ich den smoker erwischt ok munition warum rennen die da runter sind ich nicht weiß ich nicht lassen man exit ist immer gut ok haben wir hier noch irgendwo was ne ne nur ne pistole waffen waffen pui hallo wohin rennst du ich weiß nicht ich guck mal grad ob hier was ist hier hinten nämlich lang ne das führt nur einmal um das ding herum alles klar ja wir müssen hier hinten lang er ist ja jut hier sind noch Rohrbomben haben wir ja 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 ich meine noch und keiner hat schon unsere mini pack da der hubschrauber wir müssen hier lang auf jeden fall ja aber ich will wenn ich alles durchgucken ja kann doch vielleicht noch immer immer sein oder wir warten wir sind tote zombies sind wir hier von lang gekommen warte mach ne hier müssen wir lang ich habe ihn noch genau pass auf draußen ist ein hunter ja na dann also nicht macht das meiner war das es war deine alle meine immer nachher will baby warum ja so ruhig ich weiß ich war das auch ich habe auch mit wie man das soll immer extra ja wo ist ein smoker 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 das ist scheiße wenn wir die ganzen achten hier entwicklungen mir mehr haben ja das und hier alle von mir sind dahinter das klar muss helfen da warum kommt wahrscheinlich gleich hätten sie genehm hätten sie gerne kettensäge macht das mal die scheiße so im nahe angriff hat man eins ist da noch du fahrst du dich man nicht ich hätte es bilge halt ich habe du hast aber die tür zugebracht jetzt saugt der arsch auch noch durch der will mich doch verarschen ehrlich bin besser als du ja guck mal er verarscht sich jetzt ja lassen heilen ist okay hat er sich jetzt nicht geheilt oder wen hat er jetzt geheilt er hat